Moin Leute, was geht? Euer Black Mountain Pros wieder am Start. Heute machen wir Subway Surfers und zwar die... Habt ihr auch auf TikTok gesehen bestimmt die keine No-Coin-Challenge. Ja, das war's dann wieder komplett, dann lasse ich mich wieder sterben. Und zwar, da wir versuchen keine Coins einzusammeln. Wenn wir es doch sollten, dann ist das Video vorbei. Das heißt, sobald ich ein Coin ansammle, Video direkt vorbei. Ja, was... Hier kann man nichts tun, da lasse ich mich sterben. Komm, wir machen noch einen Versuch. An manchen Stellen kann man das ja auch gar nicht schaffen. Okay, ein Coin. Ja, okay. Ist unmöglich. Ciao, ciao. Lass ein Like und ein Abo da.